Hallo, in diesem kleinen Video möchte ich in meiner Rolle als Artificial Intelligence Examination Specialist an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg mal wieder probieren. Unsere letzte Online-Distence-Kontrolle kann man gelesen vom 24.01. in den Grundlagen der Elektrotechnik mithilfe von ChatGPT zu lösen. Konkret mit ChatGPT Version 4 in der Bezahlversion. Also in diesem Browser habe ich das ChatGPT Fenster, in diesem Browser habe ich die Online-Distence-Kontrolle und klicke mal auf letzte Vorschau fortsetzen. Und im letzten Video habe ich diesen Test schon mal oder in einem der letzten Videos habe ich den Test mal komplett von Hand gelöst. Alle Aufgaben richtig, klicke jetzt mal auf neue Vorschau beginnen und werde dann nichts anderes machen, als den Fragentext von hier nehmen, hier rüber zu kopieren, die Antwort, die ChatGPT mir ausspuckt, zurück kopieren und gucken, ob es richtig oder falsch ist. Also beim letzten Mal habe ich bei dem, vor einem Jahr, halben Jahr, vor einem halben Jahr, bei dem Online-Test das ausprobiert mit 15 Fragen, da hatte ChatGPT die ersten drei richtig, dann alle falsch. Schauen wir mal, wie es dieses Mal aussieht. Ich klicke mal auf neue Vorschau beginnen. Ja, und dann hätte man eben hier als Student, Studentin eine Stunde, 30 Minuten Zeit. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ich klicke mal auf Versuch beginnen. So, und da ist die erste Frage. Zwei Widerstände sind parallel geschaltet mit den und den Werten und die Parallelschaltung ist so und so groß. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Widerstand R2? Das gebe ich mal an ChatGPT und gucke mal, was es antwortet. Also, es spuckt auf jeden Fall erstmal die richtige Formel aus. Schön, man hat kurz den Lattich-Quelltext gesehen. Das wird ja auch wunderbar gepasst. Kann man sich drüber streiten. Ich würde ja sagen, das Gesamt ist eine Abkürzung GS. Das sollte aufrecht und nicht kursiv geschrieben werden, aber gut, das sind Feinheiten. So, und jetzt stellt das das um, ja, in Richtung 1 durch R2 und formt auch den Bruch richtig um und sagt, R2 sollte diesen und jenen Wert haben. Können wir mal gucken. Also, 92 parallel zu diesen 67 Ohm. Oh ja, da könnten durchaus 39 rauskommen. Also, prüfen wir das mal. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Starke Sache. So, okay, neue Frage. Da weiß ich gar nicht, wie komme ich denn hier genau auf ein neues Fenster? Also, eine Diode mit einer Flussspannung und so soll betrieben werden. Ich glaube, ich kopiere jetzt erstmal das Bildchen. Grafik kopieren. Füge das hier schon mal ein und jetzt kann ich mich noch einen Text dazu geben. Also, der da lautet so und so und jetzt, wie groß ist der Widerstand, äh, nee, der Wirkungsgrad dieser Schaltung? Also, nochmal kurz gelesen, ne, wir haben irgendwie eine Diode, die hat eine Flussspannung, das ist die hier und eine Quellspannung und dann soll da ein gewisser Strom fließen in dieser Masche und jetzt ist die Frage, wie groß der Wirkungsgrad dieser Schaltung in Prozent? Mal schauen, was JGPD dazu sagt. Also, es hat jetzt hier wunderbar dieses Bild in voller Auflösung eingefügt und sagt, okay, also um den Wirkungsgrad Eta zu berechnen, müssen wir zuerst die Leistung berechnen, die in sichtbares Licht umgewandelt wird. Und ich meine, da steht, ähm, sämtliche elektrische Leistung soll in sichtbares Licht umgewandelt werden. Aber dann sagt das, ne, also wir brauchen jetzt Diode mal Strom. Ähm, das schreibt hier so schnell, ich kann ja nicht so schnell mitlesen, jetzt kommen wir ein bisschen hoch. Also, Leistung P ist U mal I, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Die gesamte elektrische Leistung, die von der Spannungsquelle geliefert wird, ist UQ mal I, das stimmt auch. Und der Wirkungsgrad wäre dann P LED durch P gesammelt 100 Prozent, das passt auch. Jetzt werden hier so die Werte eingesetzt, hier würde ich jetzt wieder sagen, naja, ähm, also das D ist eine Abkürzung für Diode und das Q für Quelle, das sollte aufrecht sein. Die Einheiten sollten auch aufrecht gesetzt sein, aber das sind so Kleinigkeiten. So, und damit berechnen wir, berechnen wir, jetzt berechnet ja immer noch Analyzing, also schwierig kann das ja gar nicht sein. Ähm, 3 durch 13,7 zu rechnen, aber da könnten ungefähr 21,90 Prozent rauskommen. Also, dass er jetzt hier so lange überlegt hat, ist schon mal wieder ein bisschen beeindruckt dafür, wie was, was dann wahrscheinlich im Hintergrund für Sachen ablaufen in so einem künstlichen neuronalen Transformer-Netzwerk, um zwei Zahlen durcheinander zu dividieren. Aber da steckt ja auch noch viel andere geistige Leistung drin. Also 21,9 klicken wir mal auf Prüfen, das ist richtig. Okay, sehr schön. Dann neuer Aufgabentyp, da klicke ich mal wieder auf Neue Frage, mache Grafik kopieren, füge die hier ein und gebe den Aufgabentext dazu. Also hier sollen Knotenspannungen mithilfe der Knotenspannungsanalyse bestimmt werden und dazu gibt es ein Gleichungssystem und so. Mal gucken, ob er jetzt dieses Gleichungssystem ja auch vernünftig rüber kopiert. Ähm, naja, da muss ich mal bestimmt ein bisschen der Formatierung hier helfen, damit es vernünftig zugeordnet werden kann. Also die ganzen Quellen und die ganzen Widerstände mal vernünftig hier in eine ordentliche Reihenfolge gebracht. So, naja, und ich meine das Gleichungssystem, ich weiß nicht, das würde ich jetzt mal, glaube ich, weglöschen. Ähm, oder lasse ich das mal so? Tja, das ist jetzt sowas, womit man hier so ein bisschen struggeln würde. Also wenn wir die, ups, wenn man das Gleichungssystem jetzt hier formuliert, das springt hier immer hin und her. Tja, ähm, also, tja, das ist jetzt hier wirklich ein bisschen ungünstig. Ich glaube, das liegt an dem Zeilenumbruch. Ich mache mal hier einen Zeilenumbruch und hier einen Zeilenumbruch. Ich versuche jetzt mal wirklich dieses Gleichungssystem hier so ein bisschen hinzuschreiben. Also hier fängt mal die eckige Klammer an und dann hört hier die eckige Klammer auf von der Matrix und hier haben wir überall noch so Leerzeichen dazwischen. Tja, da sieht man, da verballert man jetzt ganz schön viel Zeit, ähm, ChatGPT irgendwie diese Aufgabe vermutlich plausibel zu erklären. Ähm, ja, machen wir das mal vielleicht so. So, also dann gibt es hier noch diesen Vektor von den Knotenspannungen und dahinter müsste jetzt der Vektor kommen von den Quellen. Naja, und da sieht man, dass das, also hier ist das eigentlich auch eine LaTeX-Gleichung, ähm, die jetzt natürlich hier nicht so richtig schön geparset wird. Vielleicht müsste man die eher als Bild einfügen, als Screenshot. Vielleicht wäre das jetzt an der Stelle besser. Okay, na, aber so wäre jetzt dieses Gleichungssystem auf jeden Fall meiner Sicht relativ verständlich. Und jetzt ist die Frage, welchen Wert hat der Eintrag G23, dieser hier, dieser Matrix, der Knotenleitwertmatrix, und das soll man in Millisiemens angeben. Ähm, okay, Schaltbild ist auch dazu. Machen wir mal Send Message und jetzt wird Chechebit hier was uns ausführlich erzählen. Und wir können ja mal gucken. Also G23, das ist dieser hier. Das ist der Koppel-Leitwert zwischen dem zweiten und dem dritten Knoten. Der zweite Knoten ist hier, der dritte Knoten ist hier, oder hier. Na, der Koppel-Leitwert dazwischen ist, ähm, oder der Koppel-Widerstand ist R2. Also die richtige Antwort sollte Minus G2 sein. Eins durch das hier, ähm, und mit einem Minus davor und das in Millisiemens, von Siemens in Millisiemens umgerechnet. So, naja. Und, hm, also das sieht hier schon nicht so richtig toll aus, ne? Ähm, also da sagt er, nutzen wir die Knoten-Sparungsanalyse, erzählt ein bisschen was. Also repräsentiert den Leitwert zwischen Knoten 2 und 3. Das stimmt schon, das wäre eben genau der hier, R2. So, und dann, hört JGPT und sagt, da ist gar nichts, äh, direkt zwischen 2 und 3, vielleicht weil die Beschriftung, ne? Also das ist ja hier, ja, es ist so, womit man dann so eine Bild- und Mustererkennung ein bisschen austricksen kann. Hier, wenn hier eine 3 dran stehen würde, wäre es wahrscheinlich für das Programm einfacher. und dann sagt es eben was von R4, R5, R6, ja, das sind die, die in der Mitte liegen. Also das ist, das ist alles irgendwie großer Käse. Die Umrechnung stimmt, die Formel stimmt rein prinzipiell nicht. Das stimmt jetzt auch nicht. Naja, und da kommt jetzt was Falsches bei raus. Außerdem ist das nicht negativ. Also ich kopiere das in der Erwartung, das ist falsch. Das ist auch falsch, ja. Das sind minus 312. Das ist, wenn man, ähm, tja, 1 durch das nimmt, also 1 durch 3, sind ungefähr 0,3. Und das mal 1000 rechnet, durch die Umrechnung Millisiemens kommen eben diese 300 raus. Also da irrt JetGPT leider. So, jetzt haben wir wieder diese Diodenaufgabe. Da, ähm, tja, wundere ich mich jetzt, dass ich ExploreGPTs, dass ich jetzt den nicht, den ich wiederfinde von eben. Ähm, weil eigentlich, hätte ich ja sagen, sollten die ja hier in meinem, ähm, in meiner Liste auftauchen. New Chat. Ähm, ich klicke mal kurz auf ExploreGPTs. My GPTs. Ne, das ist es nicht. Also komischerweise, irgendwie sieht das so aus, wenn die nicht mehr hier bespeichert werden. Egal, dann mache ich einfach nochmal einen neuen Chat. Ähm, tja, ne, die tauchen hier irgendwie nicht auf. Seltsam, seltsam. Ich wollte jetzt eigentlich zu dieser Aufgabe hier zurückkommen. Jetzt muss ich nämlich ja den ganzen Kram hier nochmal machen. Hm, das ist ja natürlich irgendwie ungünstig jetzt hier in dieser Version. Warum? Früher, früher tauchten die doch hier auf. Bei, also die habe ich doch auch aus irgendwelchen alten Übungen und Tests und so. Ähm, genau die. Das macht einen neuen Chat. Komme ich denn zu dem vorherigen Chat zurück? Wenn ich jetzt mal hier klicke, ne, dann komme ich auch einfach nur auf ein leeres Chatfenster zurück. Hat das sich jetzt nicht diese Chats gespeichert? Das wäre ja äußerst unniss. Ja, doch. Auf einmal tauchen sie auf. Okay. Ähm, das ist jetzt nämlich das, wonach ich gesucht habe. Also, wir gehen zu der Diet Efficiency. Das finde ich auch irgendwie sehr witzig, dass, dass dann der, obwohl alles auf Deutsch ist, der Titel dann automatisch auf Englisch generiert wird. Manchmal, manchmal auch nicht. Okay. Weil jetzt kann ich nämlich einfach nur die nächste Frage reintun. Wie groß ist der verbleibende Spannungsabfall UR über dem Vorwiderstand? Sagst du Send Message? Ja, können wir jetzt kurz im Kopf rechnen. 13,7 minus 3 müsste 10,7 sein. Äh, wenn man einen scharfen Blick auf diese Schaltung schaut. Und ja, da sagt es jetzt ganz richtig, wir brauchen den Kirchhoffschen Maschensatz. Summe aller Spannung in einer geschlossenen Leife oder Masche muss 0 sein. Also, tja, ähm, hier sieht man jetzt so ein bisschen, ne, wenn ich das jetzt im Kopf gelöst hätte, wäre ich schon dreimal fertig, weil ich einfach Ahnung davon habe, was jetzt hier passiert. ChatGPT leitet das ja richtig wahrscheinlich, ja. UR ist UQ minus UD, das passt schon, ne. Und jetzt müsste es eigentlich mal nur noch rechnen, genau. 13,7 minus 3 Analyzing, Analyzing, ziemlich lange Rechnung, ähm, oder ziemlich lange Wartezeit für eigentlich eine, eine erschreckend einfache Rechnung. Gucken wir mal, ob auch das richtige Ergebnis am Ende dabei rauskommt. Die, der verbleibende Spannungsabfall beträgt 10,7 Volt. Das klingt, äh, zumindest richtig. Und das ist es auch. Okay, sehr schön. Nächste Frage, jetzt sind wir mal wieder bei der Knotenspannungsanalyse. Da suche ich mal hier das raus. Äh, weil Schaltung bleibt ja die gleiche. Jetzt ist gefragt, welchen Wert hat der Eintrag G1, 3. Und während Chatchip die Antwort, guck mal, also G1, 3 wäre dieser. Das ist der Koppelleitwert der Negative zwischen Knoten 1 und 3. Das ist, ähm, G3. Also wir müssen den Wert nehmen. Eins durch das Teilen sind 0,25 mal 1000 rechnen, wegen der Umrechnung Millisimits und ein Minus davor müssten ja minus 250 rauskommen. Schauen wir mal, was JGPT uns so erzählt. Also, der sagt, ne, Knoten, Leitwert zwischen Knoten 1 und 3. Das ist schon mal richtig. Und wir müssen jetzt die Leitwerte wieder schnell berechnen zwischen Knoten 1 und 3. Das ist schon mal richtig. So, und jetzt sagt er wieder, hm, heige Schaltung. Ja, das natürlich war vielleicht Absicht oder vielleicht auch nicht eine etwas unkonventionelle Form dieser Schaltung zu wählen in dieser 60-Grad-Symmetrie-Topologie. So ein bisschen wie so eine Schneeflocke vielleicht. Naja, und jetzt erzählt uns das auf jeden Fall irgendwas Falsches. G3 und G5, die haben da, naja, doch G3 ist ja der Richtige, aber G5 da oben hat da überhaupt gar nichts mit zu tun. Tja, und da kommt was raus und das ist mit Sicherheit falsch, vor allem auch schon, weil es nicht negativ ist. Ja, minus 250 ist das Richtige. Auch bis jetzt sieht die Bilanz gar nicht mal so schlecht aus. Also nächste Seite, gleicher Aufgabentyp, welchen Wert hat der Eintrag i1, 2, i2, 1 des Spaltenvektors der Quellströme? Dieser hier, zweite Zeile, erste Spalte und da sollten die Quellen stehen angeschlossen am Knoten 2. Einfließende Quellströme positiv abzüglich der ausfließenden Quellströme, das ist schon mal richtig, am Knoten 2 und jetzt sagt es beim Betrachten der Schaltung fließt der Quellstrom UQ2 in den Knoten hinein, das ist richtig, während kein Quellstrom direkt aus dem Knoten 2 hinausfließt, herausfließt, das ist auch richtig und deshalb kommt da 2,1 raus, hier ist auch wieder so ein Glitch der Latech-Gesch- das Komma in Latech im amerikanischen Formelsatz ist eigentlich so ein Trennzeichen, die haben ja den Dezimalpunkt, deswegen wird dahinter so ein Leerzeichen eingefügt, das eigentlich typografisch falsch ist, aber egal, 2,1 Ampere, gucken wir mal, ist auch hier 2,1 Ampere, sollte stimmen, prüfen, ist richtig, ziemlich gut. So, neuer Aufgabentyp, da klicke ich mal auf neue Aufgabe und kopiere erstmal wieder die Schaltung, Grafik kopieren, füge die hier ein und sage, die folgende Dreieckschaltung und so weiter, hat hier drei Widerstände und jetzt soll man die in eine Sternenschaltung umwandeln und die Frage ist, wie groß ist der Widerstand RC0? Also dieser hier, naja, und ich meine, was man da machen muss, ist in dem anderen Video erklärt, man muss in eine Formelsammlung reinschauen, sich eine Formel raussuchen, für diese Umwandlung die Werte einsetzen, das ausrechnen und ähm, tja, das sagt uns das jetzt hier auch, also wir brauchen Stern-3-Transformation ähm, und die macht genau das, diese Transformation, genau, also so, dass die Sternschaltung die gleiche, die gleichen Eigenschaften hat wie die Dreieckschaltung und jetzt werden hier die Formeln repliziert und das, was nochmal auftaucht ist, also wenn wir den RA0 haben, ja, dann stehen da die Widerstände, die irgendwie was mit A zu tun haben, nur die beiden stehen oben und die Summe der anderen dreien steht unten und RC0 sind eben die beiden Widerstände oben, die was mit C zu tun haben durch die Summe und jetzt sind die Widerstände gegeben, die werden hier nochmal wiederholt und RC0 wird berechnet und das braucht jetzt wieder eine ganze Weile Analyzing Analyzing also man stellt schon fest schnell ist es nicht wenn man das jetzt macht also wenn man wenn man jetzt weiß was man tut von Hand könnte man wahrscheinlich schneller sein und wäre sich vermutlich sicherer dass es richtig ist aber das sieht hier nicht allzu verkehrt aus wenn man das mal im Kopf rechnet also das Produkt von den beiden eigentlich müsste es irgendwie größer sein richtig geteilt durch diese Summe also es erscheint mir es erscheint mir so vom Zahlenwert ja irgendwie so ein bisschen klein ich gebe es mal rein es ist nicht so ganz plausibel jetzt muss ich also das ist jetzt auch ein interessanter Glitch auf einmal kommt ein Punkt raus für das Dings es ist richtig liegt jetzt meine Kopfrechnung so falsch RAC mal ABC naja doch kann ja hinkommen ok passt schon also 5 mal ok stimmt schon so nächste Seite jetzt ist wieder diese Knotenspannungsanalyse Aufgabe die finde ich wieder andere Werte gefragt das G22 das wäre dieser Eintrag hier das muss jetzt die Summe sein von allen Leitwerten die am Knoten 2 angeschlossen sind das sind 1 2 und 5 also G1 G2 G5 die sollten jetzt hier auftauchen entspricht der Summe aller Leitwerte also der Text ist auf jeden Fall schon mal echt gut so und jetzt sagt er aber die Schaltung so richtig das Bild versteht er nicht 2 4 und 6 da müsste man jetzt selber nochmal mit Sachverstand drauf schauen und feststellen okay 2 4 und 6 naja ne also nicht ja so also das stimmt sinngemäß das stimmt sozusagen sinngemäß auch aber mit den falschen Werten und jetzt wird das irgendwie noch konvertiert und in Millisiemens umgerechnet so jetzt berechnet er noch G2 dann alle drei addieren ich will nicht also was ich was ich mich immer frage ist wie viel Kilowattstunden an Elektroenergie werden jetzt irgendwo im Hintergrund in einem Rechenzentrum in sonst wo verbraten also größenordnungsmäßig stimmt das irgendwie das Ergebnis aber ich glaube es ist falsch und es ist auch falsch da kommt ein anderer Zeitalter raus aber ist wie gesagt Größenordnung passt so ungefähr okay dann sind wir bei dem gleichen Aufgabentyp und fragen nochmal nach einem anderen ja ja das war war schon hilfreich so also I11 können wir gucken das ist natürlich die Quelle die angeschlossen ist das müsste nur IQ1 sein also das ist das was ich meine wenn man jetzt Ahnung hat und hier drauf guckt und schnell Bescheid weiß dann kopiere ich jetzt diesen Wert hier 1,9 das sollte es sein ähm und also tja wenn ich das jetzt so mache Metainformationen oder also 1,9 stimmt ja Chatchipt hat jetzt auch hier gar nicht so lange gebraucht weil es nichts rechnen musste das passt gar nicht mal so schlecht so mal gucken also wie viel ich glaube das entscheidende ist am Ende so ein bisschen die Zeit jetzt kommt ein neuer Aufgabentyp ein Vierkant Draht ohne Bild also wir haben Draht der hat einen Querschnitt hat eine Länge da fließt ein Strom durch mit einer bestimmten Stromdichte und jetzt ist die Frage wie groß muss der spezifische Widerstand dieses Drahtmaterials sein damit der Widerstand einen also damit der Draht einen Widerstand von 10 Ohm hat und man soll das in den spezifischen Widerstand in 10 hoch minus 6 also ich hier aus dem Exponenten habe ich das jetzt mal so geschrieben vielleicht mache ich noch Klammern drum 10 hoch minus 6 Ohm mal Meter und guck mal also um Roh zu berechnen verwenden wir die Formel R Anabhängigkeit Verlänge Querschnitt und den spezifischen Widerstand so die Grundformel jetzt sind da ein Haufen Werte gegeben Stromdichte brauchen wir dafür eigentlich gar nicht so wirklich weil wir ja weil wir einen Widerstand haben und weil na doch wir müssen aber erstmal aus der Stromdichte den Querschnitt ausrechnen ja so Ampere pro Quadratmillimeter auf Ampere pro Quadratmeter ja und jetzt sagt er hier so ein Quadratmillimeter sind 10 hoch minus 6 Quadratmeter das passt schon wir müssen das mit einem Faktor 10 hoch 6 multiplizieren also dass das jetzt zu Analyzing so lange dauert ist vermutlich dass dann irgendwas in Python oder in irgendeine andere Programmiersprache umgesetzt wird im Hintergrund umgesetzt wird so und jetzt kommt hier ein spezifischer Widerstand raus 4,6 3 mal 10 hoch minus 6 schwierig das jetzt so aus der Mengen im Kopf nachzurechnen aber größenordnungsmäßig würde ich sagen könnte das stimmen prüfen wir mal das stimmt auch krasse Sache nächste Seite nächste Aufgabe gleicher Aufgabentyp glücklicherweise muss ich hier nichts wechseln Angrabe in Quadratmillimeter Querschnittsfläche das ist jetzt was was man im Prinzip fast im Kopf rechnen könnte ich muss den Strom nehmen und teilen durch die Stromdichte kürzlich Ampere rauskriege Quadratmillimeter raus 2,5 durch 0,6 ja sind so 4 oder sowas so ungefähr 4,17 das klingt auf jeden Fall super gut und ist auch richtig also JGPT ist hier ziemlich souverän dabei muss man mal sagen jetzt sind wir wieder bei der Diodenaufgabe die finde ich hier und wie groß ist in der Diode die in der Diode umgesetzte elektrische Leistung PD in Milliwatt eigentlich könnte ich mir vorstellen hat das schon mal fast zwischendurch irgendwo ausgerechnet da steht hier PLD also 0,039 Watt das müsste 39 Milliwatt sein das müsste uns das jetzt ja auch nochmal ausspucken also Produkt der Flussspannung mit dem Strom und das kennen wir bereits sagt er jetzt rechnet das nochmal aus in Milliwatt also den Wert in Watt mal 1000 weil 1000 Milliwatt sind das stimmt und jetzt rechnet das wieder und rechnet ein bisschen also ja mit 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 einem pfiffigen Kopf hätte man jetzt schon das Ergebnis also ich ich glaube das ist tatsächlich so ein Zeitfaktor ja also 39,0 Milliwatt das erscheint mir richtig und ich gebe das mal hier rein und klick mal auf prüfen und das stimmt das ist die richtige Antwort okay nächste Aufgabe wir sind wieder bei dieser Dreieckschaltungsgeschichte tja jetzt jetzt fehlt mir hier wieder diese Aufgabe wie bin ich denn beim letzten Mal reingekommen was habe ich denn da gemacht vielleicht klicke ich noch mal auf ChatGPT New Chat How can I help today tja irgendwann tauchten die dann von alleine wieder auf ich will jetzt nicht unbedingt noch mal das da reingeben aber bei Explore GPTs kann ich glaube ich Custom Versions erstellen indem ich da wie so einen super Prompt davor gebe der dann immer jedes Mal irgendwie aktiviert ist ja und also hier sieht man auch schon hier kann man was mit Wolfram Alpha machen ähm ich habe keine Ahnung ob das jetzt in meinem aktiviert ist oder auch nicht ich würde trotzdem vermuten dass da irgendwas mit ähm einer Programmiersprache im Hintergrund abläuft tja ich klicke noch mal auf ChatGPT How can I help today Message Message also offensichtlich braucht das kann man auf ChatGPT 3 umschalten also ich glaube dass wir jetzt hier 4 benutzen ist auf jeden Fall schon der ganzen Sache recht zuträglich ähm tell me a fun fact about the Golden State Warriors Tja also das verstehe ich nicht so richtig warum ähm warum das hier nicht schneller auftaucht in meinem ich mach mal ich drück mal F5 das kann ja auch immer nie schaden ah ja so genau also vielleicht muss man mal zwischendurch F5 drücken und dann machen wir hier weiter mit der Sternenzudreieck um Fandung und klicken mal auf die nächste Frage hier also r a 0 berechnen und die Formel hat es ja hier schon ausgegeben jetzt wird es uns wahrscheinlich erzählen hier Formel kennen wir schon können wir einfach mit weitermachen und ähm Analyzing Analyzing ja ja so zwei Komma Dings müssen wir wieder ein Dezimal also das ist scheinbar wirklich immer noch sehr stochastisch da ein Dezimal Punkt oder ein Dezimal Komma rauskommt größenordnungsmäßig kann das wieder stimmen und das ist auch richtig ziemlich gut so dann geht es hier weiter mit Einträgen in der Knoten Leitwert Matrix da waren wir hier und fragen nach dem nächsten Eintrag G1 2 ist der Kuppelleitwert zwischen den Knoten 1 und 2 das ist ja auch der Knoten 2 das müsste minus G1 sein G1 sind 2,5 1 durch 2,5 sind 0,4 das mal 1000 müssten 400 rauskommen minus 400 Millisiemens müsste die richtige Antwort sein ah ja und hier steht jetzt mal der negative Leitwert ich weiß nicht ob das da vorher schon stand kann ja mal nochmal irgendwie hochkommen wo wir was anderes repräsentiert den Leitwert also das erste mal erzählst uns jetzt dass es der negative Leitwert ist das ist so ein bisschen die Deterministik die dem fehlt also natürlich ist der negativ so hier sagt es auch richtig G1 ja ähm der Widerstand R1 ist der der zwischen Knoten 1 und 2 liegt und 1 durch 2,5 so lassen wir uns diese Berechnung durchführen es dauert pro Frage doch eine ganze Weile bis man jetzt hier eine Antwort bekommt so die Verbindung also negative weil sie den Strom ziehen naja ob man das jetzt so begründet so also minus 400 Millisiemens ist auf jeden Fall richtig denke ich das Minus hier sieht mir so ein bisschen lang aus ich schreibe mal lieber hier ein kurzes Minus hin klick mal auf prüfen und das stimmt so dann haben wir wieder die Dioden Aufgabe hier ist jetzt nach der im Vorwiderstand umgesetzten elektrischen Leistung gefragt die ist glaube ich noch nicht explizit berechnet worden aber wir haben die Gesamtleistung hier und wir haben die Leistung von der LED also ich muss jetzt 178 rechne minus 39 das sind 139 Milliwatt sollten das sein wenn ich das jetzt so im Kopf rechne und das argumentiert jetzt auf jeden Fall denke ich ganz richtig und sagt wir kennen die Spannung wir kennen den Strom dann können wir das multiplizieren mit 1000 um das von Milliwatt umzurechnen und lassen sie uns diese Berechnung durchführen und es analyzes ich klicke jetzt mal vorsichtig drauf und dann sieht man okay hier ist jetzt Python im Hintergrund und das macht jetzt hier so eine Rechnung und man könnte sich sogar diesen Code kopieren so und dann kommen 139 raus und wahrscheinlich wenn ich das hier wegklicke dann geht das weg da ist auch wieder ein Komma da das erscheint mir richtig und das ist auch muss man mal sagen ist JGPT ziemlich gut und jetzt ist die letzte Frage mal gucken zu dieser Aufgabe vermutlich wie groß muss jetzt da der Vorwiderstand in dieser Schaltung sein damit das funktioniert in Ohm naja und also das haben wir gesagt hier sind jetzt 10,7 Volt durch 13 Milliampere das müsste irgendwie sowas im unteren Kilo Bereich rauskommen ja 10 Volt durch roundabout 10 Milliampere also ein bisschen mehr 13 Milliampere also 800 Ohm vielleicht 0,8 Kilo Ohm also das sagt sie R ist U durch I Umschiss Gesetz wir kennen den Spannungsabfall wir setzen das ein U R durch I ist Vorwiderstand durch die Dings und jetzt analysiert das wieder jetzt ist eine spannende Sache wenn ich jetzt hier kann ich jetzt noch später auf die View Analyse draufklicken genau und dann kommen da so 800 irgendwas raus was ich jetzt auch im Kopf mittlerweile schon ausgerechnet hatte das erscheint mir auf jeden Fall plausibel und das ist es auch okay dann haben wir einen ganz neuen Aufgabentyp da kann ich nochmal auf neue Aufgabe klicken und kopiere einfach den Text rüber und mache mal die bullet points die wurden nicht so richtig schön mit kopiert die füge ich mal händisch ein um mir das Tool nicht unnötig durcheinander zu bringen und klick erst mal absenden also wir haben Kondensator der wird irgendwie aufgeladen Strom steigt an Strom lädt konstant Strom sinkt wieder ab ist so ein trapez förmiger puls wenn man so will der hat eine bestimmte Kapazität und jetzt ist die Ladung gefragt genau am Ende dieses Trapezes und tja jetzt unterteilt das JGPT offensichtlich genau in diese Abschnitte also wir haben einen linearen Anstieg so dann bleibt es konstant und dann fällt es ab also es wiederholt jetzt nochmal so ein bisschen die Aufgabe hier kann man jetzt sagen die Dauer dieses Abfalls hier fehlt mal eine Sekunde an der Stelle um am Ende auf Sekunden zu kommen sind so Kleinigkeiten naja und dann rechnet das jetzt hier ziemlich also hier fehlen wieder komplett die Einheiten in der Gleichung das würde ich so als falsch ankreiden aber gut so und jetzt muss man um die Ladung rauszubekommen über den Strom integrieren ja also haben wir hier hier fehlen auch die Einheiten in der Gleichung das D würde ich aufrechtschreiben dann so ok 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 und jetzt kommt es irgendwas bei raus und also größenordnungsmäßig würde ich sagen stimmt das auf jeden Fall wir haben Milliampere die über Sekunden fließen da müssten irgendwie Milli Coulomb größenordnungsmäßig rauskommen und 81 könnte schon stimmen also hier sind es 5 hier sind es eben 64 das sind 69 und hier hinten sind es nochmal 12 wenn ich das jetzt richtig rechne 69 und 12 sind 81 das kann schon stimmen das stimmt auch also beeindruckend gut an der Stelle ich bin wirklich ein bisschen geflasht weil das um Welten besser ist als es eben noch vor einem Jahr war also fragen wir mal wieder nach hier so Knoten Spannungsaufgabe also das einzige was mir auffällt ist braucht deutlich länger als wenn man es von Hand von Hand rechnet aber gut also das Gute ist nie beisammen so G33 das sind jetzt alle Leitwerte von den Widerständen am Knoten 3 G2 G3 G6 die sollten das sein hier so ein bisschen hinter meinem Kopf versteckt G2 G3 G6 und ja da irrt es wieder also G3 ist richtig G6 ist richtig aber G4 der hat damit nichts zu tun also prinzipiell stimmt das und statt R2 müsste es G2 sein und da müsste man die Rechnung entsprechend anpassen also da kommt jetzt ein Ergebnis raus das wird größenordnungsmäßig stimmen aber trotzdem falsch sein da warten ich jetzt einfach noch einen kleinen Moment ab bis das hier Analyzing raus spuckt ich kann hier nebenbei nochmal drauf klicken also da läuft wieder Python im Hintergrund so und dann kommen da 600 irgendwas raus wie gesagt größenordnungsmäßig stimmt das vom Zahlenwert her wird das leider falsch sein und das ist es auch aber es ist quite close weil ich meine klar zwei von den drei Werten in der Formel stimmen ja und so unterschiedlich sind die nicht okay dann haben wir wieder diese Kondensator Aufgabe ähm tja wie habe ich das jetzt gemacht ich bin auf G2 gegangen ähm ich klicke mal wieder auf hier how can I help today und mach mal F5 und dann hatte sich das ja eigentlich irgendwie aktiviert Ladung des Kondensators genau hier ist die Aufgabe wie groß ist die Ladung nach einer Zeit von so und so also jetzt ist einfach nicht das ganze Trapez gefragt sondern nur ein Teil davon nämlich bis hier ja und das waren hier vorne waren das ja 5 Millikolomb hier waren das 64 das waren 69 69 ist die Antwort 69 Millikolomb im Kopf schnell ausgerechnet 69 Millikolomb oh da ist Chichip hier aber auch flott dabei und das stimmt auch das ist richtig sehr gut sehr ordentlich so dann haben wir noch mal Stern-Dreieck-Umwandlung den letzten Widerstand B0 das hat ja vorher funktioniert ähm das wird jetzt auch funktionieren ja also da wiederholst und setzt vermutlich noch mal die Formel und setzt die Werte ein oder vielleicht macht es auch gleich ein Analyzing also das wollen wir jetzt auch im Kopf nicht weil das so eine fiese Rechnung ist aber die Werte die gegebenen Werte in die Formel einsetzen das irgendwie ausrechnen da müsste wieder sowas im Paar oben Widerstand rauskommen 5,5 klingt nicht unsklausibel klicke ich mal verungesehen drauf oh ja und dann ist wieder hier der Punkt in ein Komma umzuwandeln und das ist richtig dann klicke ich zurück zu der Knoten Leitwert Aufgabe G11 das ist der das letzte Element was uns noch fehlt auf der Hauptdiagonale also können wir mal hochschauen das sollte die Summe aller Leitwerte sein von den Widerständen die am Knoten 1 angeschlossen ist Knoten 1 ist hier und hier R1 R3 und R4 das erzählt uns das jetzt ja auch so ein bisschen so das ist aber leider wieder falsch also die die Bilderkennung hier von meiner zugegebener Weise etwas konfusen Schaltungen bringt das Tool hier doch irgendwie gehörig durcheinander weil das vermutlich so ein etwas unübliche Darstellung ist mit nicht nur rechten Winkeln und sowas also das sollte sein R1 R3 R4 und hier haben wir R1 R3 und R5 naja so und der Rest passt wieder Umrechnung das zusammenrechnen ähm und tja was ist also was ist äh ja ne genau jetzt analyzes das also das ist ja auch positiv zu sehen und da werden jetzt wieder ein paar 100 Millisiemens rauskommen der Zahlenwert wird falsch sein ich kopiere den mal rüber aber also mit so ein ganz bisschen Gehirnschmalz würde man das jetzt auch noch ähm richtig hinbekommen ja also da das liegt eben auch wieder sehr dicht dran weil von den drei Werten ja nur einer falsch ist die jetzt zusammengerechnet werden so jetzt kommt wieder die Kondensator Aufgabe und jetzt ist gefragt wie groß ist die Energie die nach einer Zeit und so weiter am Kondensator gespeichert ist und jetzt müsste man eben gucken also wir hatten 81 oder sowas Milliculum genau und wir haben eine Kapazität des Kondensators und aus der kann man jetzt die Spannung ausrechnen und dann kann man die Spannung und die Kapazität in die Formel für die Energie einsetzen und was man jetzt hier sieht das ist naja dass eben Chechip die so ein bisschen eher aus dem angloamerikanischen Lehrbuch Kontext angelernt wurde also da wird als Formel Zeichen für die Spannung ja mal ein V verwendet und kein U also C ist aber die Kapazität V ist die Spannung das ist schon richtig und die können wir mal ein interessanter Error Analyzing also hier haben wir irgendwie das das so cool so und jetzt will er irgendwie Eval also eigentlich muss er das doch nur ausrechnen warum will er hier noch so ein Eval Function draufwerfen das ist ja spannend also die Rechnung stimmt an sich eigentlich müsste hier auch schon das richtige Ergebnis drinstehen dass danach schlägt ja erst Fall Fehl also klicke ich das mal wieder zu und er rechnet das aus und dann kommt irgendwie Millijoule raus das erscheint mir nicht unplausibel von der Größenordnung her ich klicke mal auf egal also da kommt jetzt ein Fehler raus das kann ich jetzt hier nicht irgendwie anwenden das geht nur für symbolische Ausdrücke und das ist ja bereits schon eine Zahl die kann ich nicht symbolisch auswerten also es sie sieht aber direkt irgendwie selber diese Fehlermeldung gibt dann nochmal die Zahlenrechnung auf wir haben Verrat hier Verrat also ob jetzt hier die ganzen Einheiten so stimmen ja doch kann eigentlich schon sein so und dann prüfen wir einfach mal es ist richtig also beeindruckend das ist schon wirklich sehr gut dann kommt wieder die Draht Aufgabe und da ist jetzt nach der spezifischen Leitfähigkeit gefragt ja das hatten wir gerade eigentlich schon mal so da soll jetzt eine Angabe in Siemens pro Meter rauskommen und ro hatten wir gerade vorhin schon mal ausgerechnet Kappa ist einfach der Kehrwert das waren diese 10 hoch minus 6 also muss da jetzt was mit 10 hoch 6 rauskommen genau und das Reziproke von oben also da kommen da kommt jetzt was ziemlich Großes raus klicke ich mal auf prüfen das erscheint mir plausibel und das ist auch genau richtig okay so dann geht das hier gleich weiter mit der Aufgabe Widerstand des Drahtes oh jetzt habe ich das hier ein bisschen vercheckt aber das hat das hat es nochmal gerettet also ja der Exponent die 6 die ist mir jetzt hier wieder durchgerutscht als einfach eine 6 hier aber also da muss man sagen da sind so diese Sprachmodelle die die haben eben das genauso gelernt dass andere Leute das auch genauso verpeilen Exponenten nicht richtig hinschreiben und wenn da eine 10 steht und da noch eine 6 hinterkommt oder wenn da irgendwie so steht mal 10 und irgendeine Zahl dann muss das dahinter der Exponent sein das als Exponent geschrieben ist so und ja also jetzt haben wir Leitfähigkeit wir haben eine Länge wir Querschnittsfläche kennen wir auch das müssen wir jetzt noch einen Meter umrechnen ja könnte man machen und dann kommen da irgendwie so 0,24 oben raus so und jetzt kann man sich das überlegen also wir haben 9 Meter langen Draht mit irgendwie so 4 Quadratmillimeter Querschnittsfläche Stahl ist nicht so super Leitfähig ja also irgendwie so 0, irgendwas oben kann schon kann schon passen stimmt auch habt noch sechs Fragen wir sind bei der 25 wie groß ist der Leitwert des zweiten Drahtes das ist wieder die ganz erste Frage nee das ist nochmal eine neue Frage hier ging es ja um Widerständige geht es jetzt um Leitwerte also da brauche ich nochmal eine neue Frage und gebe das mal so rein das sieht auch alles gut aus und das ist jetzt so eine ähnliche Rechnung wie bei dieser Widerstands Aufgabe also wir haben zwei Widerstände in Reihe wir haben den Leitwert des einen Widerstandes wir haben den Leitwert der Gesamtschaltung wie groß ist der Leitwert des anderen Widerstandes und jetzt sagt das ganz richtig also in einer Reihenschaltung addiert man die Widerstände wir wollen aber nicht Widerstände haben wir wollen Leitwerte haben die sind das Reziproke und also eins durch das ist jetzt so die gleiche Rechnung praktisch wie bei der stellen und Analyzing und Analyzing machen und dann sind die 80,8 fast nicht unplausibel wenn ich die jetzt in Reihe schalte mit dem dass da gesamtmäßig eben der Leitwert kleiner wird wenn ich zwei Leitwerte in Reihe schalte muss der Gesamtleitwert kleiner werden und das macht er auch und das ist auch richtig das ist wirklich auch bei noch gut so jetzt ist hier noch mal wieder eine Aufgabe zu dieser Kondensator Strom Aufladungsgeschichte ich gebe das mal rein also es ist einfach das Integral über diesen Bereich das sind 5 Millikolomb ja also kann man sich so habe ich in dem anderen Video glaube ich gezeigt das kommt ja auch super schnell raus und das ist richtig so dann geht es nochmal hier zu dem Aufgabentyp weiter auf welche Spannung das aufgeladen ist das ist ein Ergebnis was wir zwischendurch auch schon mal gehabt haben sollten irgendwo hier die Ladung ja also das steht hier nicht so richtig drin aber explizit also implizit steht das schon hier in dieser Rechnung drin 81 Millikolomb durch 23 das 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 irgendwie 4 4 Volt irgendwie sowas sollten das sein ein bisschen weniger 3,52 Volt erscheint mir plausibel und das stimmt auch also JetGPT ist hier ziemlich ziemlich souverän dabei in der Version 4 es geht nochmal um die Drahtaufgabe spezifischer Widerstand des Drahtes welche Seitenlänge besitzt der quadratische Querschnitt und wir erinnern uns das waren irgendwie so 4 Quadratmillimeter ja der Wert durch den Wert und davon jetzt die Wurzel also ungefähr 2 das kommt hier auch super schnell raus und da muss ich mal da ist ja irgendwie das ein bisschen beim Kopieren offensichtlich der Latich Quelltext im Hintergrund mit 2,04 das ist absolut richtig und damit sind wir bei der vorletzten Frage nochmal Vierkant Draht da sind wir ja gerade schon wie groß ist der Spannungsabfall der Längen bezogene Spannungsabfall mal gucken also wir haben 10 Ohm Widerstand wir haben einen Strom damit ergibt sich ein Spannungsabfall nämlich 25 Volt und jetzt 25 Volt durch 9 Meter und das kriegt das hier raus es hat jetzt U Strich Längenbezogen ist U durch L U ist R mal I durch L 2,5 Ampere 10 Ohm 9 Meter also 25 also müssen ungefähr 2,6 Volt pro Meter oder sowas sein 2,7 Volt pro Meter das sollte stimmen das erscheint mir richtig sehr gut sehr krass so nächste Seite letzte Frage nochmal einmal den letzten Eintrag hier in dem in dem Vektor bei diesem Fragentyp lag ja ChatGPT bisher auch richtig ich gebe das mal rein also I3 das ist jetzt können wir gucken das ist einfach der Wert 4,4 die die Quelle die auf den Knoten 3 zufließt oder alle am Knoten 3 angeschlossenen Quellen ist nur die Quelle IQ3 die fließt drauf zu deswegen sagt das ja auch in der Schaltung ist das nur IQ3 die in den Knoten 3 hineinfließt es gibt keinen Quellstrom der hinausfließt und deshalb sind das 4,4 und das kopiere ich und füge das ein und das sollte stimmen und das macht es auch und damit kann ich ich klicke mal nicht auf Versuch abschließen ich scrolle mal einfach hoch aber also wie viel sind denn jetzt falsch 1,2,3,4,5 also Fragen von 30 Fragen richtig nur 5 Fragen falsch und ich sag mal bei den Fragen das waren ja alles meines Erachtens Fragen fast alles also es waren eigentlich glaube ich alles Fragen aus dem aus diesem Aufgabentyp hier wo das sich einfach von der Schaltung hat durcheinander bringen lassen die vielleicht diese etwas untypische Topologie und Schreib und Sichtweise hat mit den nicht rechten Winkeln und 60 Grad und so ein bisschen Symmetrie und sowas also da muss man sagen das ist schon echt 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 beeindruckend gut das einzige was mir jetzt auffällt wenn ich auf die Uhr gucke also in dem Video wo ich das selber gelöst habe mit Zahlenrechnung in Matlab und so ein bisschen Herleitungsskizze und so das kann ich mal in den dann später in der Videobeschreibung unten ergänzen und verlinken in den Shownotes wenn man so will da habe ich vielleicht 10 Minuten weniger gebraucht so roundabout also da war ich ein bisschen schneller wenn man jetzt hier weiß dass man F5 drücken muss zum Beispiel um auf seine alten Chats hier zu kommen dann könnte man hier bestimmt auch noch mal zwei drei Minuten sparen weil ich ja zwischendurch mal ein bisschen gewartet habe aber das muss man sagen ist schon echt 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 beeindruckend gut die Frage ist eben wenn man tja wenn man jetzt so wenn man nicht so wirklich viel Ahnung hat von dem was hier passiert dann werden hier einem natürlich potenziell Sachen erklärt also wie ich immer sage Begriffe erklärt die man nicht kennt mit anderen Begriffen die man nicht kennt dann ist so die Frage wie hilfreich das ist und wie also ich bringe jetzt eine ganze Menge a priori Wissen mit um eben einzuschätzen was stimmt hiervon und was stimmt wahrscheinlich was stimmt wahrscheinlich nicht was stimmt ganz sicher und was stimmt ganz sicher nicht und wenn man so als eben nicht so erfahrene Person hier drauf blickt weiß ich nicht ob das dann so wahnsinnig hilfreich ist aber man muss mal sagen wir hätten jetzt noch wir sind jetzt bei 50 Minuten also wir hätten jetzt praktisch fast nochmal so viel Zeit um diesen Test zu lösen also man könnte jetzt da pro Aufgabe nochmal ungefähr eine Minute pro Aufgabe dicke investieren um eine Probe zu machen um das nochmal zu durchdenken um nochmal zu googlen um irgendwie andere Sachen zu machen und tja also einfach nur für mehr oder weniger also mehr habe ich jetzt nicht gemacht ich habe Text von hier kopiert hier eingefügt das Ergebnis zurück kopiert dann muss man mal sagen ist JetGPT in der Bezahlversion 4 schon echt 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 gut to